Spitzkopf 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 Hallo, der schmeißt einfach ne Flash nach mir Was soll denn das? Mach ich selber ne? Gar nichts merk ich Irgendwas wollte ich dich fragen Mifu Bin ich schwanger, nein Achso, er hat man jetzt aber denken können so fett wie du bist Ähm Nicht wollte ich wirklich irgendwas fragen Spitzkopf Spitzkopf Alter Oh mein Gott, warum hab ich den scheiß Spot nicht geschäfft Könnt ihr jetzt irgendwo aufhören euch da wie Türillon Hier Im dynamisch linz Highlands sav 遺 Digga könnt ihr jetzt aufbauen euch da wie Tür Sterlion zu stellen Lebt der jetzt noch? Digga, ey, kann da mal bitte jemanden klippen, Alter, was ist das? Scheiße, Mann. Die Skeps haben Bock, Alter. Kartoffeln halt noch mehr, Alter. Die Challenge heißt einfach No-Touchi, Alter. Ja, ja, danke, Hengmehr, danke. Ja, genau so will ich das haben, Spiel. Genau so. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Happy Birthday to you. Oh, war das schlecht, ey. Ah, shit, Digga. Wir hatten es am Anfang. Am Anfang waren wir synchron und dann hast du, keine Ahnung, Hirnaussetzer oder so gehabt. Boah, du mich. Du bist ja wahnsinnig schnell gewesen. Seit wann sieht man Happy Birthday so schnell? Nein, du läufst mir das bestimmt nicht weg. Kannst du mal dir sowas von Popo schminken? Au, du Juge, Alter. Jesus, hat man nur ganz minimal gemerkt, dass ich mich erschrocken habe, ne? Oh! 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 Oh, dass der mich da noch kriegt, ne? Wie, wie hittet er mich, Alter, ey? Ist doch nicht dein Ernst, Spiel. Er hat einen kleinen, verfickten Dolch in der Hand. Er mag zwar ein Experte mit kleinen Dolchen sein, weil er nur einen kleinen in seiner Hose hat, aber trotzdem, ey. Ey, ey, hör auf! Sam, 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 Sam. What a bitch! Ich hab was Neues gelernt. Danke dir! Das ist okay, Mikro, das war eine gute Reaktion. Ja, Fischi macht mich hier fertig dafür. Das war scheiße, Digga, du hast mich komplett weggebombt. Ja, weil du so scheiße da standen bist, Alter. Was stehst du mir im Weg rum? Ja, Junge, du bist einfach reingefahren. Ach, komm, lösch dich, bitte. Dummer Hund, Alter. Lösch dich, bitte. Junge, geh dich ja hängen, Alter. Was, was? Sag's nochmal. Ich geh dich ja hängen. Junge, wie toxisch die einfach sind, die Bäume. Ist das so fishy? Es gibt genug Bäume hier in Deutschland. Ist das so? Ja, Mann. Der kickt dich jetzt. Mega. Richtig. In Rocket League. Aha. In, äh, wo wir noch? Mobile Games. Mobile Games, ja. Und all den ganzen Kram. Mushy streamt? Nein, nein, der streamt nicht. Noch nicht. Wie gesagt, wenn ich streame, wenn, ne? Das ist meine ersten Donation-Goal. Das für 100 Euro Tinder-Boost. Dann hab ich 12 Stunden Ultra-Boost. Eddie, kannst du das bitte noch klippen, schnell? Obwohl, warte, das kann ich nur selber klippen. Wow. Leute, was ist da denn passiert? Was? Guck dir das an, Alter. Was für ein dummes Tor. Einfach nur gemisst. Und durch den Power-Store gemacht. Oh Gott. Äh, den Bossroom kann... Bossroom, alles klar. Für die Bohrmaschinen. Den Bossroom kann sowieso nur Sveti sehen. Was? Sagen wir, man hat 10 Leben? Ja. Sehr gut. Ja. Dann jetzt! Hure. Gegen den Spitzenwirt. Gegen Bord. Wir kommen mal bei mir raus. Junge, hör auf, hier wieder aufzukommen! Nur her jetzt. Digga, ich fick dich gleich! Danke dir für dein Follow-King. Spasti, Alter, Alter! Also, ich komme immer wieder! Ja. Einer ist unsight, by the way. Mhm. Hard links von dir. Okay. Na, Setshot. Mhm. Der war wirklich clean. Ja, das ist Hummel. Pusht. Schnappst du dich, der Kerl? Hallo. Was ist das gewollt? Ich hab die Gene in den Chat hineingeschrieben. Es tut mir leid. Es tut mir leid.